Die deutschen Verbraucherpreise sind leicht höher ausgefallen, als man das erwartet hat. Wir können es hier gut nachvollziehen. Die Verbraucherpreise liegen bei 7,4%. Die Tendenz passt nach unten gerichtet, aber der Wert natürlich noch zu hoch. Wenn man das Ganze betrachtet, um es auf europäischer Ebene vergleichen zu können, ein Wert von 7,8%, natürlich auch zu hoch. Und dementsprechend bleibt es dabei, dass Anleger zwar auf der einen Seite höhere nominelle Zinsen bekommen, aber auf der anderen Seite der sprunghafte Anstieg der Inflationsrate dafür sorgt, dass die realen Renditen, also Zinsen abzüglich Inflation weiterhin negativ sind. Das Umfeld kann man durchaus als finanzielle Repression bezeichnen. Und Sie können das hier gut nachvollziehen, die Inflationsrate für Deutschland in der horizontalen roten Linie. Wir sehen die Renditen verschiedener Vermögensklassen aus dem Bereich der festverzinslichen Wertpapiere, die wir bereinigt haben, um die Abgeltungssteuer und den Solidaritätszuschlag. Und Sie sehen schon hier, da sind noch ordentliche Differenzen da. Und selbst mit Hochzinsanleihen, also Anleihen, die kein Investmentgrade-Rating aufweisen, reicht es nicht, um die aktuelle Inflation zu schlagen. Von daher, der Blick nach vorne, der kann nun zweiseitig ausfallen. Zum einen könnte man positiv argumentieren, dass der Blick auf die Inflationserwartungen, die man aus Tauschgeschäften, sogenannten Swaps, ableiten kann. Das sehen Sie hier in Türkis für die Eurozone. Wenn wir hier Werte von 3% ansetzen und würden unterstellen, dass diese Erwartung korrekt ist, dann könnte man momentan mit festverzinslichen Wertpapieren tatsächlich die Inflation kompensieren. Vielleicht ist diese Perspektive aber auch zu optimistisch, weil wir weiterhin eine hohe Kerninflationsrate haben, weil wir hier auch dann Zweitrundeneffekte speziell über die Löhne sehen. Und von daher bleibt es dabei, die jüngsten Daten aus Deutschland sorgen nicht für eine Entspannung an der Inflationsfront. Die Europäische Zentralbank wird weiterhin bestrebt sein müssen, die Zinsen zu erhöhen und die Geldpolitik zu strafen. Und die Auswirkungen auf die Konjunktur, die werden dann vielfältig diskutiert. Für den Moment bleibt es dabei, die Zinsen werden auf einem vernünftigen Niveau bleiben. Das führt auch dazu, dass Vermögenspreise und Bewertungen nicht mehr im luftleeren Raum schweben. Und das heißt natürlich in der Konsequenz auch, dass die illiquiden Vermögensklassen, wie beispielsweise Private Equity, Infrastruktur und auch Immobilien, dort wird es weiterhin Gegenwind geben. Und je länger die Zinsen auf diesem hohen Niveau bleiben oder auf diesem erhöhten Niveau im Vergleich zu den letzten 10 Jahren, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir entsprechend auch Abwertungen sehen. Und desto wahrscheinlicher wird es auch, dass wir vielleicht mit Kreditausfällen konfrontiert sind, die dann wieder Diskussionen über die Konjunktur und weitere Punkte mit sich bringen. Das soll es gewesen sein. Ich darf Ihnen eine gute Zeit wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.